Bei uns wird es jetzt musikalisch. Drei junge Männer, die seit zwei Jahren bei uns, seit der ersten Corona-Kampagne, auf der Närischen Rostra stehen. Die geben richtig Gas und ich freue mich jetzt ganz herzlich und ganz richtig auf die drei Männer. Bühne frei für unsere Hübis! Denn an Fasnacht ist niemand hier gleich. Die Menschen blut, gelöst und gefreit. Sie ist das, was uns zahle vereint. Im Gold, ihr Schwein! Hab ein Kribbel im Bauch, mein Herz schlägt den Biel. Oh Mann, ich glaub, ich bin Fasnachts verliebt. Spürt ihr jetzt auch, was die Fasnacht uns gibt? Wir sind verliebt! Hallo, 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 hallo Ihr seid die Spaßnacht, die ich so lieb, die den Alltag immer wieder besieht. Ihr seid Gott Jokos, Rot, Weiß, Gelb und Blau. Ihr seid Taylor, ihr nehmt mich mit und macht es mir vor. In jeder Lage nehmt ihr's nur die Wort. Nach und bleiben nach, so soll es auch sein. Und meins Blatt war Eis. Aber wir sind im Bauch, beim Abschnitt den Kiel. Roman, ich kann, ich bin Fassnacht Sven. Spürt ihr es auch, was die Fassnacht uns gibt? Wir sind verliebt. A-o-a-i-a-i, A-o-a-i-a-i-a- Tyler. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Einmal im Jahr ich dieses Gefühl, alles ist anders, alles so wie ich will. Einmal im Jahr spür ich's in meinem Bauch, ich brauch Elau. Ja, 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 ja. Ja, danke schön. Das war unser erstes Lied für heute. Zwei haben wir mitgebracht, Fastnachtsverliebt. Hatten wir schon letzte Kampagne auch hier mal beim KCK, bei der Nachthemdensitzung gesungen. Macht super viel Spaß. Das nächste Lied, was wir mitgebracht haben, Mein Menz, haben wir gestern released. Das ist also ganz neu. Ihr seid die Ersten, die das live hören. Ja, gell, können wir mal klatschen. Eigentlich zusammen haben wir das gemacht mit Doppelbock, mit den Boccius-Brüdern. Die sind heute nett dabei. Dem Andi Boccius geht es auch gesundheitlich nicht gut. Auch da jetzt schon mal liebe Grüße und gute Besserung raus. Der muss da auch seine Auftritte heute absagen. Aber es ist trotzdem eine schöne Nummer. Funktioniert auch ohne die Bocciusse. Und die haben wir euch jetzt mitgebracht. Mein Menz. Oh 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 In Mainz Gehen beim Rucki-Zucki Hände rauf und runter In Mainz Meckte Schwellkopf Dass de letzte Woi net gut war In Mainz Wird gelacht Wir haben Konfetti In der Blutbahn Ja ich weiß Mainz ist keine Weltstadt Oh oh Doch ich weiß Gutenberg gefällt das Oh 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 Komm zu uns Und hock dich bei uns Oh 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 Dschungelmilch Und wir trinken Auf nen Woi Milz mein Mainz Meine Stadt Schau sie an Milz mein Mainz Wir sind hier Wirklich nie Nie allein Milz mein Mainz Ich dich da Merk ich Wie sie sich Milz mein Mainz So verliebt Eine Stadt Oh 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 Unerschön In Mainz Wie ist der Reu als unser aller Lebensfluss In Mainz Haben wir doppelt Bock Gute Laune Überschuss In Mainz 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 Minz ist keine Weltstadt, oh oh oh, doch ich weiß, Gutenberg gefällt es, oh oh oh, komm zu uns und trock dich bei uns Zeug, oh oh oh, Dschungelmeet und mir trinke noch ne Woi. Minz, mein Minz, meine Stadt, schau sie an, wunderschön. Minz, mein Minz, hier sind wir, wirklich nie, nie allein. Minz, mein Minz, bin ich nicht da, nenne ich, wir sind viel. Minz, mein Minz, so wäre ich, eine Stadt, wunderschön. Minz, mein Minz, oh oh, oh oh, oh oh, Dschungelmeet und mir trinke noch ne Woi. Minz, mein Minz, oh oh, Dschungelmeet und mir trinke noch ne Woi. Ja, liebe Nerinnen und Erlesen, das waren unsere Hübis, unsere hübsche Bübsche. Das sind Johannes, Manuel und Maurice. Ja, vielen Dank, ich glaube mit diesem Lied haben wir in der nächsten Kampagne richtig Spaß, das geht richtig voran. Und da freuen wir uns euch mindestens einmal, zweimal bei der Nachthemdensitzung vom KCK zu sehen. Wir freuen uns auch. Ja, da freuen wir uns richtig. Also, heute Nachricht, wenn ihr die Hübis in der kommenden Kampagne live erleben wollt, an der ersten oder zweiten Nachthemdensitzung, die zweite ist sogar schon ausverkauft, dann, ja, sichtet euch Tickets unter www.hck-kastell.de. Und wir bedanken uns bei euch, nämlich mit einem Fläschchen Sekt jeweils aus dem Kloster Eberbach. Einmal, zweimal und dreimal. Und heute Nachricht, darf ich Sie bitten, mit mir einzustimmen. Auf die Hübis, auf die Hübis, auf die Hübis, ein dreifach kräftig donderndes. Vielen Dank, auf Wiedersehen in der nächsten Kampagne und in der Hallermarsch.